Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, der mich das Schaudern gelernt hat kürzlich am Sonntagabend. Bei mir ist Cornelia Kröschel, Ihnen wahrscheinlich besser bekannt als neue Dresdner Tatort-Kommissarin Leo Winkler. Cornelia, schön, dass es geklappt hat erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und was ja das Tolle ist, neue Dresdner Tatort-Kommissarin, aber in Karlsruhe daheim. Heio. Das finde ich großartig. Wie kam es dazu? Hergezogen bin ich durch das Engagement am Badischen Staatstheater und dann hier hängen geblieben, der Liebe wegen. Und auch die Liebe zum Badener Land ein bisschen entdeckt? Ja, mehr und mehr. Also jedes Mal, wenn ich jetzt, ich spiele zum Beispiel gerade in Stuttgart Theater und immer wenn ich nach Karlsruhe zurückkomme, denke ich so, es ist schon schön hier, definitiv. Und die Sprachbarrieren sind auch gelöst. Du bist ja gebürtige Dresdnerin. Auch diese Sprache ist für uns nicht immer einfach zu verstehen. Wie ist es bei dir gewesen, wenn die Ersten hier badisch gebabbelt haben? Also inzwischen geht es. Ich war tatsächlich vorher fünf Jahre mit einem Mannheimer zusammen. Ah, die ist ja noch schlimmer. Ja, genau. Die singen hier raus. Genau, die haben ja immer so die Melodie. Hey you. Hey you. Und da hatte ich jetzt schon fünf Jahre Zeit, mich dran zu gewöhnen. Und jetzt ist der Karlsruher dran. Ist es auch ein Geburtskarlsruher, der Bade spammelt hat? Nee, ein Freiburger. Also ist er auch so. Also zum Badischen assimiliert schon so ein bisschen und am Badischen Staatstheater gespielt. Und jetzt die neue Tatortkommissarin, da reden wir gleich drüber, denn das war wirklich ein Gruselstück. Ich gehe seitdem nicht mehr in den Keller. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Wir haben die neue Dresdner Tatortkommissarin bei uns zu Gast, aber vor allem ist sie in Karlsruhe zu Hause. Cornelia Gröschel. Wir wollen dich ganz kurz besser kennenlernen. Bei unseren zehn Fragen in 60 Sekunden. Kurze Frage, kurze Antwort. Dein Sternzeichen. Schütze. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Habt ihr ein Haustier? Nein. Hättet ihr gerne eins? Ich hätte ganz gerne ein Pferd, ich habe aber keine Zeit. Und vor allem der Platz muss man haben. Ja, ist dann auch vielleicht nicht mehr ganz ein Haustier. Villa Kunterbund. Wie ist es mit dem Jugendzimmer und dem Poster? Was war so das erste? Hauptsächlich Pferde. Okay. Und dann noch irgendwelche so Caught in the Egg damals. Ich kannte kein einziges Lied. Caught in the Egg? Ich kannte kein einziges Lied von denen, aber alle meine Freundinnen in der Schule waren Fan und deswegen musste ich das natürlich auch dahin haben. Und die Kerle sah ja dann auch ganz anständig aus. Hubsgas, muss man sagen. Gab sein erstes Vorbild? Schauspielerisch? Ja. Eigentlich, es gibt nach wie vor ein schauspielerisches Vorbild, das ist Anita Vulesica, Schauspielerin ehemals am Deutschen Theater, die mich sehr inspiriert nach wie vor. Okay. Wie sieht es aus bei dir mit dem Thema erste selbstgekaufte Schallplatte oder CD? Was war so das erste, was zu Hause lief? Ich glaube, die allererste selbstgekaufte CD war eine Single von Michael Jackson. Okay. Und jetzt reden wir immer über CDs. Ist es bei dir Spotify Premium oder sind es noch CDs? Wie bist du unterwegs? Spotify Premium. Ja, ja. Ich habe mir das gedacht. Und bei mir immer so eine abschließende Frage, weil Genuss und Ernährung wird immer wichtiger. Bist du vegan, vegetarisch oder komplett mit Fleisch unterwegs? So ein Mischding. Ich esse fast gar kein Fleisch mehr. Zu vegan bin ich zu einseitig, weil mit vieles von dem veganen Zeugs auch nicht schmeckt. Und damit ich überhaupt irgendwas esse, ist es so ein komischer Mischmasch. Mischmasch. Okay. Also Mischmasch. Ich habe kürzlich ganz viel Fingernägel gekaut. Und zwar habe ich den neuen Dresdner Tatort angeschaut. Und da werden wir gleich mal drüber reden müssen in der Martin-Wackerschuhe. Die Martin-Wackerschuhe auf der Neuen Welle. Wir verbringen ein schönes Sonntagsfrühstück mit Cornelia Gröschel, Wahl-Karlsruherin und vor allem neue Dresdner Tatort-Kommissarin. Was hat sich für dich verändert seit dieser ersten Ausstrahlung? Bisher zum Glück so gut wie nichts. Ich fahre jeden Tag Zug nach Stuttgart und zurück und ich habe gedacht, okay, alles klar, jetzt wird es jeden Tag, wird mich jemand ansprechen oder anstarren zumindest. Überhaupt nicht. Entweder ich sehe privat einfach so abschreckend und so aus, dass mich niemand anspricht oder einfach irgendwie dann doch anders privat ungeschminkt. Gott sei Dank bisher eigentlich gar nichts. Vielleicht liegt es auch an der anderen Frisur. Wenn Sie die neue Welle.de das Video anschauen, werden Sie erkennen, du hattest etwas strengere Haare im Tatort. Ja, genau. Aber ich trage sie privat eben auch so oft so streng, so weit oben. Also insofern, das kann nicht das Argument sein. Und ich muss gestehen, dass dieser Pullover sogar, der ist jetzt aber noch nicht ausgestrahlt, ein Kostümteil aus dem zweiten Tatort war. Oh, das ist ein Spoiler. Cornelia, Tatort-Kommissarin, ich würde als Fernsehschauspieler behaupten, das ist wahrscheinlich das Größte und Höchste, was man im deutschen Fernsehen werden kann. Wie war das für dich? Im Fernsehen wahrscheinlich schon so ein bisschen. Es war gar nicht mein vorrangiges Ziel, zu sagen, Mensch, da will ich mal hin. Ich möchte unbedingt und Tatort und sowieso und überhaupt. Aber als die Anfrage kam, muss ich sagen, habe ich keine Sekunde gezögert, weil Dresden ist meine Heimatstadt und ich kann zweimal im Jahr mehrere Wochen lang zu Hause sein, was mir sonst einfach nicht möglich ist. Und das verbunden mit einem Tatort, das war nicht zu toppen. Das ist nicht zu toppen und auch der erste Tatort, die Premiere war nicht zu toppen, reden wir gleich drüber. In der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag, nicht am Abend, es wird gleich gruselig. Die Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Macht richtig Spaß mit Cornelia Kröschel, der neuen Tatort-Kommissarin, Wahl-Karlsruherin. Reden wir über diesen ersten Tatort. Cornelia, ich muss dir sagen, ich will ihn kein zweites Mal alleine angucken. Wie ist das eigentlich so als Kommissarin, als Schauspielerin, als Hauptrolle? Wann kriegst du den zu sehen? Hast du dich auch mit dem Mann eingekuschelt und gesagt, oh, das wird jetzt ganz schön schlimm? Ich habe ihn mit meiner Agentin gesehen das erste Mal, ganz alleine, wir beide und unsere Producerin noch im Hintergrund, weil meine Produzentin es nicht ausgehalten hat, zu sehen, wie ich ihn sehe. Deswegen hat sie draußen gewartet. Und es war schon so, dass selbst ich, die ich das Drehbuch kannte, mich erschreckt habe an manchen Stellen. Weil die Schnitte so wahnsinnig gut gesetzt waren, dass auch ich es wahnsinnig spannend fand. Aber man kennt natürlich die Geschichte, man kennt natürlich auch die Drehorte. Ich war ja überall da und für mich ist es wahrscheinlich nicht ganz so gruselig wie für die anderen Zuschauer. Und vor allem finde ich ganz erstaunlich diese drei Ebenen dieses Tatorts. Zum einen die Vater-Tochter-Geschichte, zum zweiten die KollegInnen-Geschichte und diese Geschichte der deutschen Biederheit hinter diesem Herbstkränzchen am Weißen Einfamilienhaus. Also das macht es ganz stark, oder? Da muss ich echt sagen. Ich finde, Alex Eslam, unser Regisseur, hat ein wahnsinnig rundes, in sich stimmiges Gesamtkunstwerk geschaffen. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass das mein erster Tatort war. Nur positive Kritik. Der Tatort wurde wirklich richtig bejubelt. Ab wann spürt man beim Drehen, dass da was Besonderes entsteht? Also, ich hatte ein Vertrauen darauf, dass es sehr gut wird durch Alex Eslam, weil ich immer schon gemerkt habe, der weiß ganz genau, was er will. Und es gab keine Fragezeichen, sondern er wusste genau, ich will es so, ich will es so, ich will es so. Und ich finde, wenn jemand eine so starke Vision hat, dann wird es auf jeden Fall etwas, was eine Handschrift hat. Und das hat man schon gespürt. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass es so gut wird, dass es mir persönlich auch so gut gefällt. Mega Start für den neuen Tatort mit Cornelia Gröschel in der Hauptrolle. In der nächsten Stunde mehr von ihr und wahrscheinlich auch von den Theaterplänen, denn das ist auch eine große Leidenschaft dieser Schauspielerin. Gleich mehr in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Es ist Sonntagvormittag, Sie sind beim Sonntagsfrühstück. Heute Abend gibt es Tatort und heute Morgen ist schon eine Tatort-Kommissarin bei uns. Die Leo Winkler aus dem neuen Dresdner Tatort, das ist deine Rolle, das ist deine Figur. Ich finde die Figur deswegen auch ganz spannend, weil sie diese verschiedenen Ebenen hat. Ich habe es in der letzten Stunde schon angesprochen, einmal die Ebene mit dem Vater und die Ebene mit der Kollegin. Am Schluss habt ihr euch ein bisschen verstanden dann, seid ihr euch näher gekommen. Wie ist es für dich gewesen, so ein Einstieg in das Team, eine Figur so anzulegen? Darf man da mal einen Satz mitreden und sagen, ich hätte das so oder ist dir die Figur komplett vorgegeben worden? Ein bisschen Mitspracherecht hatte ich schon oder habe ich mir auch so genommen. Ich wollte auch natürlich teilhaben, auch an der Namensfindung und so. Also es war natürlich, das Team war, das bestehende Team bestand natürlich eigentlich nur aus Martin Brambach und Karin Hanczewski. Alle anderen, Regisseur, Kamera, Licht, alle anderen waren neu. Also ich war nicht ganz so neu, wie man denkt. Ich kam nicht in ein festes Team hinein, sondern eigentlich waren wirklich nur Martin und Karin quasi die Alten. Insofern war es erst mal vom Drehablauf ein Film wie jeder andere, wo die einen Kollegen sich schon kennen und ich komme neu dazu. Und diese kleine Idee zum Beispiel über so ein Zippo, die Vater-Tochter-Beziehung im Film zu halten und dann das Zippo dem Papa zurückzugeben, ist das sowas, was im Drehbuch steht? Das stand im Drehbuch, ja, ja. Also da ist Erol Jeselkaia, unser Drehbuchautor, sehr genau mit dem, was er sich vorher vorstellt und das Zippo war von Anfang an dabei. Ja, auch ein ganz starkes Bild. Da stand immer im Drehbuch, klick, tschack, klick, tschack, klick, tschack. Ja, manchmal hat es sogar dreimal klick, tschack, klick, tschack, klick, tschack gemacht. Cornelia, jetzt ist dieser Tatort gedreht, der nächste ist ja schon abgedreht, seid ihr mittendrin oder? Wir haben den zweiten direkt nach dem ersten gedreht, also wirklich back to back, also kaum waren wir mit dem ersten fertig, kam der zweite. Und den nächsten drehen wir voraussichtlich im Juli. Und bei der Neuen Welle exklusiv auf dieneuewelle.de gibt es einen Spoiler. Ja, auf diesen zweiten Tatort, der noch nicht im Fernsehen zu sehen war, den Pullover aus diesem Tatort. Schalten Sie ein, die Martin Wackershow. Die Martin Wackershow auf der Neuen Welle. Cornelia Kröschel ist zu Gast, Wahl-Karlsruherin, neue Dresdner Kommissarin Leo Winkler. In Karlsruhe des Berufs und der Liebe wegen hängen geblieben. Das Badische Staatstheater, das ist nicht weit weg von hier, von unserem Studio, war eine Zeit lang dein Engagement zu Hause. Wie hast du es erlebt im Badische Staatstheater? Hast du noch Kontakte? Bist du noch regelmäßig da? Im Moment komme ich leider gar nicht dazu, so oft, wie ich es gerne würde. Vereinzelte Kontakte bestehen auf jeden Fall noch. Ich hatte eine sehr gute Zeit da, weil wir ein sehr, wie ich finde, homogenes Ensemble waren, in dem ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ich bin dann deswegen weg, weil ich gerne wieder freier entscheiden wollte, welche Projekte ich mache und auch wieder mehr drehen wollte. Aber ich bin ja auch viele, viele Jahre dem Theater sehr verbunden geblieben mit meinem Stück Agnes, was ich da sechs Spielzeiten lang gespielt habe. Und sobald sich der Zeitpunkt, irgendwie der Zeitraum ergibt, würde ich da jederzeit auch wieder als Gast arbeiten wollen. Aber es ist doch so, dass Theater und Fernsehen sich wahnsinnig unterscheiden. Ich habe schon einige Fernsehschauspielerinnen und Schauspieler da gehabt, die gesagt haben, das Eigentliche ist die Bühne. Andere haben gesagt, das Fernsehen ist für mich reizvoll. Wie ist es bei dir? Kannst du es gegeneinander ausspielen? Oder sagst du, nein, jedes hat eine eigene Qualität? Letzteres. Jedes hat was Eigenes und es ist für mich wirklich 50-50 inzwischen. Ich komme ja vom Film. Ich bin ja mit Film groß geworden und habe auch so Schauspielern gelernt. So das Kleine, Feine, nur für die Kamera, dass das ausreicht und was man damit alles erzählen kann. Für mich war es eine ganz große Umstellung, dann in der Schauspielschule plötzlich groß und laut und extrovertiert zu spielen. Das war mir ganz fremd, das musste ich erst lernen. Ich habe aber über die Jahre extrem die Vorzüge davon schätzen gelernt und wie toll das ist, wenn man gezwungen ist, auf der Bühne seinen ganzen Körper zu verwenden. Und auch von einer Figur den ganzen Bogen spielen zu dürfen. Und auch den Kontakt nicht nur mit dem Publikum zu haben, sondern auch mit den Kollegen. Also wirklich auch den Spaß zu haben, wenn mal einer seinen Text vergisst oder man hat irgendein Requisit vergessen und muss plötzlich improvisieren. Jeder Abend ist anders. Jeder Abend ist anders. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich möchte nicht mehr nur das eine machen. Und vor allem die unmittelbare Reaktion. Beim Teil dort hat es ein Jahr gedauert, bis mal Reaktionen kamen. Da ist es in der Sekunde da. Das ist auch ein großer Unterschied. Ja, und es macht so einen Spaß, wenn ich merke, ich habe das Publikum in der Hand. Und ich merke, sie reagieren auf alles, was ich mache. Oder ich merke, okay, da kommt super wenig Energie. Also muss ich ein bisschen mehr investieren, damit sie mir was zurückgeben. Und wenn man das jeden Abend ausprobieren kann, da habe ich wahnsinnig viel gelernt durch das Stück Agnes, weil wir dort so viele Schüler hatten. Und die natürlich wahnsinnig direkt reagieren. Und wenn du nicht gut bist, dann reagieren die auch nicht. Das härtesteste Publikum der Welt. Und das war sehr, sehr hilfreich. Cornelia Gröschel ist mein Gast. In der Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Gleich mehr. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Es ist Sonntagvormittag. Ein tolles Sonntagsfrühstück mit Cornelia Gröschel. Cornelia, wir machen Wackers wahre Geschichte. Ich denke mir immer so eine Geschichte aus, die hat ein wahres Ende. Und du musst drauf kommen, was wirklich stimmt. Es geht um Tatort. Ich glaube, die Erkennungsmelodie des Tatortes ist die bekannteste Melodie, das bekannteste Intro Deutschlands. Klaus Doldinger, legendärer Chesser, hat das damals komponiert und hat das auch eingespielt mit seiner damaligen Band. Und da saß ein Mensch am Schlagzeug. Das ist eigentlich ein kleines Geheimnis, wer das war. Ein prominenter Deutscher. Ein prominenter Künstler. Ich habe drei Vorschläge für dich. Wer hat bei der Tatort- und Erkennungsmelodie in der Kapelle von Klaus Doldinger getrommelt? War es A, Josef Beuys. Damals in Düsseldorf schon Künstler und begabter Schlagzeuger. War es B, Helge Schneider, Allround-Musiker. Auch als Chesser immer unterwegs. Oder C, war es damals Udo Lindenberg, der noch nicht so viel gesungen, sondern eher Schlagzeug gespielt hat. Was glaubst du? Ich habe gar keine Ahnung. Weil Klaus Doldinger, mit dem stand ich gerade im November erst auf der Bühne gemeinsam. Aber über seinen Schlagzeuger weiß ich tatsächlich gar nichts. Insofern tippe ich jetzt einfach ins Blaue hinein und ich entscheide mich für C, Udo Lindenberg. Du hast recht. Das ist tatsächlich wahr. Udo Lindenberg hat Schlagzeug gespielt in der Tat- und Erkennungsmelodie. Ach, das ist ja verrückt. Du hörst das jetzt immer mit anderen Ohren dann. Ab sofort. Ja, total. Deine eigene Erkennungsmelodie. Lustig, cool. Also, Wackers wahre Geschichte. Wieder jemand überrascht. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Und gleich mehr von König Leak Röschl in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Cornelia Röschl ist mein Gast. Wir sprechen viel über Tatort, über Karlsruhe, über das Badische, über Dresden. Jetzt reden wir noch ein bisschen über deine Anfänge. Irgendwo habe ich mal gelesen, das mit der Schauspielschule wäre gar nicht so selbstverständlich gekommen. Du hättest mal einen anderen Lebensplan vielleicht gehabt, Topmanagerin. Da hättest du so das Thema Sprechen und Auftritt irgendwo ein bisschen dir aneignen wollen. Und dann hätten die gesagt, du bist angenommen, so gut ist keine andere. Ist das so gelaufen? Na ja, ja, so ungefähr. Also es ist tatsächlich so, dass ich nie vor hatte, Schauspielerin zu werden. Ich habe das so gemacht einfach, wie ich auch getanzt habe und auch ein Instrument gespielt habe, habe ich eben auch gedreht. Und dann war es eben tatsächlich so, dass ich mir überlegt hatte, ich könnte einen Beruf machen, in dem ich in der Öffentlichkeit sprechen müsste und in dem ich vielleicht auch vorzugsweise Hochdeutsch spreche anstatt Sächsisch. Und dann habe ich also angefangen, Sprechunterricht zu nehmen. Und die Sprecherzieherin, mit der ich damals gearbeitet hatte, hat dann fast automatisch angefangen, mich auf das Vorsprechen vorzubereiten. Und wir haben Rollen gearbeitet. Und irgendwann dachte ich so, na ja, jetzt hat sie dich schon vorbereitet, jetzt müsstest du vielleicht auch mal hingehen. Und bin dann nach Leipzig gefahren, weil ich gedacht habe, okay, wenn dann Leipzig, nicht so weit weg von Dresden, wäre doch nett und so. Und ja, dann bin ich tatsächlich nach dem Eignungstest direkt in die Aufnahmeprüfung gekommen und dann direkt angenommen worden. Wirklich, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich habe dann da Kommilitonen kennengelernt und die meinten, ja, ja, und wir sind schon im zweiten Jahr und schon im 20. Vorsprechen. Und ich so, okay, krass, wow, wie lange ihr durchhaltet. Ich hätte, glaube ich, nach fünfmal schon längst aufgegeben, hätte gedacht, okay, die sind alle der Meinung, ich kann es nicht, dann kann ich es vielleicht wirklich nicht. Also ich bin da wirklich total hineingestolpert und musste dann, wie gesagt, auch wirklich erst das Theaterschauspielen lernen. Aber ich bin inzwischen sehr froh. Im dritten Studienjahr habe ich beschlossen, Schauspielerin zu werden. Trotzdem gab es auch eine, Jugend- und Kinderkarriere, jeden war auch gleich noch drüber, aber das Sächsische hast du noch drauf, oder? Na klar, freilich. Also das haben wir dann einfach im Studium so ein bisschen perfektioniert, meine Kommilitonen und ich, weil da gab es ja noch mehr, die aus Sachsen kamen und dann haben wir einfach die Pausen genutzt, um mal so richtig derbe hochsächsisch zu sprechen. Sächsisch zu sprechen und so könnte ich jetzt im Prinzip auch einen Text, der jetzt Hochdeutsch irgendwo steht, auf Sächsisch quasi vorlesen. Wenn ich noch Badisch babble, dann versteht keiner mehr was in der Martin-Wager-Show. Macht auch nichts, ich sie frühstücke, mir habe Spaß gleich mehr. Die Martin-Wager-Show auf der Neuen Welle. Cornelia Gröschel ist mein Gast. Wir haben Sächsisch gesprochen, wir haben Badisch gesprochen, wir haben alles schon gemacht, aber wir haben noch nicht über die Tatsache gesprochen. Du hast gesagt, ja, Schauspielerin wolltest du eigentlich nicht werden. Du warst ja aber davor auch schon Schauspielerin. Heidi. Kinderstar. Wie kommt man dazu und vor allem, wie sehr hat dich das dann geprägt? Du hast vorhin gesagt, du fährst im Zug und hatte dich noch keiner so richtig erkannt als Tatort-Kommissar. Aber ich glaube, mit dieser Heidi-Verfilmung war doch erst mal ein, zwei Jahre Schicht im Schacht, oder? Nee, das war ähnlich wie jetzt beim Tatort. Also Heidi war nicht so erfolgreich, weil Heidi zeitgleich mit Harry Potter veröffentlicht wurde. Also ich habe es gesehen. Ja? Ja. Ach cool. Ich habe es gesehen. Und war das nicht so, dass dann die Menschen gesagt haben, ah? Wenig, wenig. Tatsächlich. Also da kam eigentlich das meiste Feedback nach den Honigfrauen im ZDF. Ich habe inzwischen einen Begriff dafür entwickelt, weil was macht man, wenn man mit jemandem gemeinsam im Zug sitzt und du merkst, jemand starrt dich an, der dich aber hört. Du kannst ja nicht sagen, guck mal, der starrt mich an. Also ist vielleicht ein bisschen sinnlos, aber es ist ein Tom-und-Jerry-Moment. Es ist quasi eine Katze, die vor dem Mauseloch sitzt und das Mauseloch anstarrt und die ganze Zeit überlegt, okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und weil oft ist dieser Blick so, ich kenne dich irgendwoher, aber ich weiß gerade nicht so richtig, woher, aber bist du so? Also ganz eigener Blick und das passierte nach den Honigfrauen öfter, komischerweise jetzt gerade nicht so sehr, wie ich gedacht hätte, aber Gott sei Dank. Ein neuer Begriff, den wir gelernt haben, der Tom-und-Jerry-Blick. Das ist eine ganz persönliche, private Erfindung. Gefällt mir sehr gut. Der Tom-und-Jerry-Blick, wir lernen gleich noch viel mehr in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Cornelia Kröschel, ganz spannende Gesprächspartnerin. Wir haben unglaublich viel schon gelernt, zum Beispiel den Tom-und-Jerry-Blick. Wenn jemand guckt und den anderen erkennt und nicht weiß, wo man ihn hin tun soll, das gefällt mir ausgesprochen gut. Diesen Begriff werde ich jetzt fest einbauen. Vom Tom-und-Jerry-Blick kommen wir jetzt zu einer Promi-Ausgabe eines ganz harten Spiels. Spielst du manchmal Stadt, Land, Fluss? Ja. Jetzt kommt die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Du weißt, du hast nicht allzu lange Zeit. Ich gebe einen Startschuss. Du kannst weitersagen, wenn du was nicht weißt. Es gibt ein Buchstaben, mit dem du spielst. Bei dir ist es freundlicherweise das D. Eine Stadt. Dresden. Ein Land. Deutschland. Ein Tier. Ein Dachs. Was zum Essen? Datteln. Eine Schauspielerin oder ein Schauspieler? Demi Moore. Ein Kosename? Dada. Extra für dich, ein Mordwerkzeug. Ein Dolch. Das braucht man zum Leben? Ein Dach. Und ein Fernsehsender mit dir? Das Erste. Ein Sportler und eine Sportlerin? Kenne ich mich zu schlecht aus. Es hat gepiepst. Das war großartig, Cornelia. Das war ja irrsinnig gut. Fünf. Zehn Richtige. Ich glaube, du hast einen Rekord geknackt. Ist das so? Ja. Aber D war auch wirklich einfach. Und wie schön. Dresden ist drin. Das Erste ist drin. Fantastisch. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Dafür gibt es gleich noch eine XXL-Taste von der neuen Wende zu mitnehmen. Die zeigen wir gleich und machen gleich weiter in der Martin-Wacker-Show mit Cornelia Gröschel. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Cornelia Gröschel ist mein Gast mit neuem Rekord. Zehn Richtige bei Stadt, Land, Quatsch in der Promi-Ausgabe. Dafür gibt es die neue Welle XXL-Tasse. Vielen Dank. Für Karlsruhe, für daheim sozusagen. Sehr schön. Dankeschön. Wenn die mal im Tatort auf dem Ermittlerinnen-Schreibtisch steht. Boah. Da haben wir was geboten. Aber ich weiß, Requisite ist alles. Nein, nein, nein. Ich habe von den Kollegen von der Bundespolizei, bei denen ich trainiert habe, aber die Tasse ist drin. Du nimmst mir meine Frage aus dem Mund. Das finde ich nämlich ganz spannend. Du hast für die Rolle der Leonie und der Leo eine Winkler trainiert. Du warst bei der Polizei und hast ein Praktikum gemacht. Ja, also es war viel kürzer, als ich eigentlich ursprünglich gehofft hatte. Aber wer weiß, ich bin ja jetzt im Kontakt mit den Jungs und wir verstehen uns ja gut. Vielleicht gehe ich einfach nochmal hin. Aber mir war das wahnsinnig wichtig, die Polizisten vorzugsweise in Dresden kennenzulernen und weil über ein paar Ecken ein privater Kontakt zu einem Polizisten von der Bundespolizei entstanden ist, war ich bei der Bundespolizei. Ich hätte natürlich eigentlich zur Landespolizei gemusst, aber das war genauso gut und hilfreich. Wie ist es denn nach der Ausstrahlung gewesen? Haben die Kollegen oder nicht die Kollegen, aber die wahren Polizisten gesagt, also Cornelia, das war ja gar nicht, das war nicht realistisch. Ich habe einen Fehler gemacht. Das war mir aber auch klar dann im Nachhinein. Ich habe die Waffe durchgeladen, bevor ich in das Haus des Täters gehe und sie wäre aber schon geladen gewesen. Also entsichert. Ich habe es falsch gemacht. Aber sonst viel Lob? Ich muss noch mal in Ruhe mit denen reden, aber ich glaube, sie waren ganz begeistert, ja. Okay, also jetzt wissen wir auch, die Tatort-Ermittlerin machen Praktika bei der Polizei. Cornelia Kröschel in der Martin-Wacker-Show. Gleich mehr von der neuen Tatort-Kommissarin aus Karlsruhe, aber ermittelt in Dresden. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Cornelia Kröschel ist mein Gast in Karlsruhe zu Hause in Dresden, ermittelt sie. Wir haben schon gehört, der zweite Tatort ist schon abgedreht. mit dir direkt an den ersten herangebaut. Kannst du was verraten über das Thema? Es geht auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung als der erste. Er wird auch optisch und visuell ganz anders aussehen, weil wir einen ganz anderen Regisseur und ganz anderes Kamerateam und Lichtteam hatten. Er wird ganz anders sein als der zweite. Arbeitstitel war Nemesis. Und die Konstellation bleibt gleich. Die beiden Ermittlerinnen werden sich weiter wahrscheinlich duzen. Sie haben sich am Anfang gesiezt. Naja, wir werden uns wieder siezen tatsächlich. Spannend. Ja, genau. Wir werden uns wieder siezen. Und weniger als Figur und als Schauspieler unglaublich schätze ist euer Chef. Was für ein unglaublich fantastisches TV- und Filmgesicht. Ja, der ist toll. Martin Brambach. Großartig. Also noch nicht zu viel vorwegnehmen. Du bist aber auch auf der Bühne zu sehen, nicht in Karlsruhe, sondern in Stuttgart. Momentan in Stuttgart am alten Schauspielhaus spiele ich die Rosalind in Wie es euch gefällt. Noch bis 1. Juni. Also auch den Klassiker immer im Blick. Klassisches Theater. Ja, genau. Und die große Tatort. Die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Vielen Dank. Danke fürs Dasein und viel Spaß noch in Dresden und vor allem hier in Karlsruhe in der eigentlichen Heimat. Das war die Martin-Wacker-Show. Auch nächste Woche wieder fantastischer Gast bei mir. Bis dann. Dresden